Ja, da sind wir wieder zurück zu Left Order 2. Wir haben hier mal einen Cut gemacht, weil wir schon ungefähr drei, vier Versuche hinter uns haben. Den ersten habt ihr ja gesehen, der war nicht so prickelnd. Die anderen drei waren es auch nicht. Und jetzt geht es aber mal in der guten Hoffnung weiter, dass wir mal ein bisschen was erreichen. Taktiken haben wir mittlerweile alle durchprobiert, keiner hat geholfen. Zusammen bleiben hat es hier am besten und am längsten funktioniert. Wenn auch nicht alle mitarbeiten. Blacky, was machst du? Entschuldigung. Warst du von wieder abgelenkt? Ich war am Schlafen. Ja, und jetzt hoffen wir einfach mal auf das Beste, dass es hier auch wieder fluckbig vorangeht. Ciao. Wenn du aber heute doch eine Knarre. Weil Schwerte bringt es nicht. Ja, habe ich auch schon gedacht. Bei Massen ist es dann doch ziemlich hoch. Auf engen Gelände geht das, aber so? Nee. Am besten ist auch keine Top Gun, sondern wirklich... Was gezielt ist. Gleich ein Charger, hey. Was du denn? Bin unterwegs, bin unterwegs. Hey, sieben Prozent in ihrem Leben. Hey, geil. Kannst du gut sein? Nehmen wir mal das erste Medifact. Nehmen wir das mal das erste Medifact. Nehmen wir das mal das erste Medifact. Ich bin dafür, dass nicht irgendeiner gleich, ohne wenn und aber das Defi, den Defi, den Defi, ne? Ja, ich hab mir gesagt kein Medifact mehr, ich nehme mir das die Defi mit. Der liegt dann da oben gleich, der ist. Da gehen wir da als erstes, dann will ich sagen. Ja, schieß mich denn da an. Entschuldigung, mein Fehler. Jo. Okay. Geh jetzt viel hoch. Ja, hinter mir her. Alle. Im Gänsemarsch. Und Teamplay. Und Teamplay. Ganz richtig Teamplay. Komm her. Wer nimmt die Ganister? Ich kann einen mehr. Ich nehme Defi. Ich bin dem Mozilla, den lasse ich nicht mehr schießen. Mozilla. Mozilla. Oh, hier sind Laservisiere. Wo sind Laservisiere? Hat er. Dahinten in der Ecke. Gut. So, ich nehme ein Kanister mit. Und los geht's. Ich gehe nach vorne. Ja, dann beeil dich. Ja, ich bin dabei. Wird unangenehm hier. Schnauze lauten. Oh, das gibt's doch nicht. Vor allem halten die einen ja nicht mal fest. Die schlagen ja nur. Ja, machen die ja nicht. So, ich bin da. Hab den Kanister abgeliefert. Äh, muss ich. Komm mal gleich wieder zurück. So. Boah, das ist so Dreckswetter, ne? Ja, komm. Hab ich genug von dir zu suchen? Gut. Ja. Wenn jetzt? Wieder ins selber Haus. Was nach oben? Auf dem Balkon. Okay. Sollen wir gleich mal direkt unten stehen bleiben, oder? Ja. Ja. Am besten hier direkt, dass sie dann hier runter springen können. Ja. Okay. Weil hier kommt schon wieder von der Seite. Der Hunter da zum Beispiel. Okay, los geht's. Wir kommen. Ja. Ich tu was ich kann. Laufen direkt weiter. Ohne Wenn und Aber. Einfach weiterlaufen. Scheiße, Feuer. Es brennt. Da brennt der Zombie lang. Sorry. Ich wollte den Hunter erwischen. War mein Fehler. Geh weg. Entfeuert. Entfeuert. Ich mag's nicht wenn's feuert. So. Okay, wir können gleich hier oben bleiben. Aber oben fehlt noch ein Kanister. Den holen wir gleich. Aber zumindest mit drei Mann Feuerschutz. Jopp. Dann los und weiter. Ich komm schon gleich in den Tank oder so. Was von aus geht. Ja, der müsste jetzt gleich kommen. Warum müssen wir uns einmal unten sammeln? Müsste jetzt gleich in den Tank kommen. So. Da haben wir alles. Reload. Reload. Also als nächstes. Grad mal kurz ein bisschen abwarten, weil es kommt grad diese verräterische Musik. Ernsthaft. Das wir berät so unangenehm. Ja, ich glaube da hinten ist auch. Da ist er. Schönes Ding. Wer tut das auch mal? 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 Ey. So, da ist er. Ah, Smoker. Wo sitzt noch auf was? Ja. Jetzt ist er weg. Eichloch. Ich hör Jocky. Da oben den Einzelnen holen wir uns jetzt. Ja. Jocky, Jocky, Jocky. Schon tot. Gehen wir los. Morsi, komm nach. Gut. Incoming. Ja. Hunter, Hunter, Hunter. Danke. Charger. 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 Okay. Haben wir. Okay. Rinder, 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 Rinder. Ich geh nach oben und hol den gerade. Ja, da muss ich eine Straße angucken. Einer nach links, einer nach rechts, einer nach vorne. Ich hab mir gerade noch eine Adrenalinenspritze rein. Schwere was. Interessiert mich jetzt ein Scheiß. Ich lauf Anker. Schön gemacht, Black. Ernsthaft. Ja. Kommt runter. Das sind alles Reflekte. 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 Geh weg. So. Jetzt wollte ich mich aber gleich auch mal heilen. Hat die gerade gesagt Jocky? Ne, mal ernst. Ich hab das verstanden. Ich leg den Diffy mal hier unten hin, ne? Ja. Ich krall mir dann auch mal wieder Medi. Just in case nehme ich den mal mit. Geht. Ja. Wo ist das genau? Keine Ahnung. Ich hol mal, wir hol mal gerade den da ganz hinten hier. Ja. Kommt. Kommt hier. Ja. Hinter dir, Bleck. Wo seid ihr? Da. Geht ganz hinten. Ist das nur einer? Ja. Ist ja auch eine relativ weite Strecke. Bleiben liegen noch zwei. Das gut. Ja. Ich glaube einfach. Lauft. Hit uns. Lauft. Jungs. Lauft. Keep on running baby. Wow. Trennt er schon? Ja. Ich hab markiert. Ja. Ja. Sorry. Ah, danke. Was sind aber das? Geht doch nicht. Tot. Er liegt. Und links. Wo noch einer? Scheiße. Wo? Wo? Da. Found him. Oh fuck. Alter. Sehr schön. Lass mich grad'n Medipack nehmen, bitte. Ich hab noch einen Leben. Ja. Ja gut. Gönn dir. Gönn dir. Danke. So. Wunderbar. So, die machen hier sauber. Wir machen hier. Da auf dem Weg sauber. Alle hinterher. Kommt, 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 kommt. Ey, die Pfeifen. Tut extrem auf Ohren weh. Ich weiß. Deswegen hab ich's gemacht. Ah. Hier oben liegen. Ich nehm einen. So. Ich nehm direkt einen. Und den selben Weg zurück. Jetzt kriegen wir am meisten Fire Support. Ah. 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 Oh fuck. Ich schmeiß den da hin. Danke. So. Nummer eins. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf einfach. Ah. Jockey, 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 jockey. Danke. Ja, das war's. Spitter. Du lesen? Okay, jetzt müssen wir uns da ganz hinten legen lassen. Von hier aus. Haben wir noch drei Stück, ne, drei Plätze, wo's weit entfernt ist. Ja. Ah, ich muss mir grad noch Moni holen. Weiter geht's. So. So. Ja, dann komm. Lass die G-Angewehrs abwarten, okay? Ja. Ah, fuck. Du widerlich so schön. Das ist ein Stück Scheiße. Du auch. Ah. Hunter, 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 Hunter. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Traja. So, jetzt los. Ich pack die mal ganz kurz hinten in der Ecke. So. Da hinten linke war auch noch einer, ne? Auf der linken Seite. Jaja, den, den der in einen auf der linken Seite meine ich auch. Ach klar. Dann können wir auf dem Weg aber auch noch den... Andere wurden, der ist im Haus drin. Wann bist du denn? Mh. Hab ich. Ah, fuck. Ah, fuck. Oh, fuck. Huh. Ja, fuckings. Ja, Scheißdinger. Ein Leben hab ich noch. Eck, Kopf, Gott, Lockes. Was? Hey, over here. I'm reloading. Los. Runter hier. Ja, ähm, was mit mir? Hey, over here. Lass dir doch nicht liegen. Ich kann doch nicht hier zurücklassen, man. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab den Depi, also von daher... Oh, fuck. Weg, 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 weg. Einfach weg hier, runter. Runter, 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 unten heilen und ganz so scheiße, aber hier nicht. Hier extrem schlecht, weil null Feuerschutz und gar nichts. Alter. Ja. Bin fast da. Ich will gar nicht wissen, wie es nicht wie Zombies wäre. Genau. Ich hier getötet, töten gerade. Brauch' jetzt ein Fahrt, ich kann nicht weiter. Medi-Pack. Weil ich Grin's auch gut gebrauchen. Dann nimm's. Das liegt... Ich nehme gleich den. Ich hab' schon eingeschaut. Denk ist tot. Denk ist tot. Gar nichts. Äh, ich würd' sagen wir laufen jetzt noch der ganz hinten rechts. Hinten rechts. Hinten rechts. Dann laufen wir doch mal hin. Ja, wir haben doch beim letzten Mal den hingekriegt. Man muss ja sagen, wir spielen das ja hier nicht blind, ne. Aber... Ich hab irgendwie das Gefühl, wir spiel' da blind. Irgendwie auch. Nee, neene. Chaja. Aaaaah. Booma, 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 Booma... Jockey, Jockey, Jockey. Lass fallen. Jockey, 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 Jockey... Hab ich schon. Fuck, fuck, fuck. Jockey, 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 crawling, Jockey... Bitte. Scheiße, Hunter. Oh. Schon tot. Ich laufe jetzt einfach. Nimm den anderen. Und weg. Ja, aber bald alle. Ah, Alter. Aber vor allem müssen wir die gleich noch alle einfüllen. Das wird lustig. Ich hab nicht mehr viel Leben, ne. Also falls wir noch mehr... Ja, die haben wir auf jeden Fall noch. Gut. Aber da kann ich irgendwo irgendwo auf dem Weg ein Medikit rum. Hier vorne liegt nur eins. Weg, dann Blacky nennen wir das. Wo ist er, wo ist er, wo ist er. Und Smoker, Smoker. Kann klar. Im Haus drin, aber so wie tötet den. Äh, wir holen grad mal, wir sollten grad noch die Beine aus dem Haus zurück. Hier holen. Ich lauf grad nach oben. Oh, die Pistole. Oh, ich stehe da hinten. So. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ein einzelner. Kanister. Und weg bin ich auch schon wieder. Ja, la, la. Boomer und Jockey da hinten. Jockey ist auf dem Weg hierhin. Alles ist hier. Hier ist die fetteste Party überhaupt. Und... Ich kann noch neun Leben. Hat irgendwer noch irgendwie Spritzen sonst was? Der hat's gebraucht. Nee, sorry. Leider nicht. Oh Gott. Sonst liegt ich hier nämlich gleich. Ja, du hast ja... Ich fehle jetzt noch einer, oder? Verliest du dann automatisch noch nicht. Der liegt dann dann hier... Es fehlt noch. Einer einziger. Der ganz hinten. Komm, den holen wir uns jetzt. Der. Ja, der liegt hier vorne direkt auf der Treppe. Muss ja nicht weit laufen. Dann auf. Den holen wir uns. Was? Augen auf und... Ach, kacke, nein. Wir müssen links hoch. Ach, toll. Richtig geil. Richtig geil. So. Direkt Eingang und alles beschützen. Ja. Der ich neben mir. Ich bin zwar der langsamste, aber... Da fährst du meistens zu Bord. Ich hör, was? Tank. Hopp, sorry. Ich bringe den jetzt einfach weg. Ich bringe den jetzt weg. Scheiß drauf, was passiert. Ahhhh. Ich bringe ihn weg. Ich bringe ihn weg. Ich bringe ihn weg. Fang an. Ah, scheiße. Noch einer. Au. Fuck. Alle drauf. Alle drauf. Alle drauf. Sehr schön. Nächster. Ich helfe mit. Alle mithelfen. Nimm mit. Komm. Hinnimm. So. Ach, wer war das denn? Das denn? Wer hat denn den da oben draufgelegt? Oh Gott. Ahhhh. Ja, mach weiter. Was soll das denn? Was soll das denn? Oh Gott ey. Wenn nicht, es fehlt einer. Nee, sind alle da. Fuck yeah. Nee. Die Brücke senkt sich. Okay, 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 okay. Wir müssen zum Auto. Wir sammeln uns vor der Brücke. Es könnte sein, dass da eine Menge zu uns kommt. Könnte sein. Muss nicht. Wir müssen gehen. Ah, spit. Smoker. Ist weg. Ist der spitter. War der auch schon weg? Keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Was sind die Brücke unten? Alles. Ahhhh. Was? Ich bin ins Auto. Ich bin ins Auto. Ahhhh. Nein. Nein. Ahhhh. Ihr Wichser. Ihr scheiß Fenner. Ich komme. Ich hab nur noch drei Leben, aber ich komme. Doch, doch. Umweg. Nein. Scheiß Doki. Lebt mich wieder. Oh nein. Bitte. Ja, aber hier ist irgendwo ein Spiller. Vorsicht, 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 Vorsicht. Und weg, weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Alter. Boah. Ja. Ah, die Schnauze da hinten. Bye, Alice. Bye, Rochelle. Bye, Coach. Bye, Nick. Bye, Nick. Ahhhh. 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 Hat man die Kampagne doch noch nicht? Ahhhh. Einmal nicht. Ahhhh. 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 Aber, Robin. Hat wer? Was? Nichts ist schon gut. Eine Stunde vierzehn. Ich fantasier wieder vor mich hin. Hahahaha. 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 Ich hab am wenigsten Verbatzen verbraucht. Wie macht der Futz? Hahahaha. Ball eins und so, ne? Hahahaha. 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 Leute, das wabert. Also jetzt war jetzt, glaube ich, der vierte oder fünfte Versuch? Ja. Der vierte. Nee, der fünfte Versuch. Vier Neustarts. Getötete, Infizierte. Am wenigsten Schaden. Du willst ja am meisten gestalten. Ja, ups. Am meisten Verbündeten geschützt. Genauigkeit 31%. Kopfschüsse 9%. So, wenig. Das wäre mehr gewesen. Die glatte Zahl. Waren viele speziell Infizierte. Ja, die glatte Zahl infizierte mich gerade voll. Ja. Das war dann die Brücke, meine lieben Freunde. Eine sehr, eine sehr, sehr nervenaufgleichende Kampagne. Was steht denn als nächstes auf dem Plan? Ich glaube, die da. Die sind ja schon mal interessant. Aber bis dahin. Ich hoffe, wir hören uns ein bisschen sehen, hören und so und auch schon auch noch wieder beim nächsten Mal. Ja, ich gerade Wortkotze. Es ist jetzt gerade wie viel? 23 Uhr. Punkt. Zeit für Wortkotze. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.